Im Dezember endete die Ausschreibung für den Neubau des Leonberger Rathauses. Nachdem der alte Bau Anfang der 60er Jahre als Landratsamt errichtet wurde, zog 1973 die Stadtverwaltung nach der Zerschlagung des Altkreises hier ein. Im März 2003 jedoch fanden Experten gravierende Mängel beim Brandschutz und in der Elektrik. Eine Generalsanierung wäre zwar etwas günstiger, allerdings kann mit einem Neubau auch das schon lange währende Platzproblem gelöst werden und so alle Ämter zentralisiert werden. Den Zuschlag erhielten die Stuttgarter Schaller-Architekten zusammen mit dem Bauunternehmen Wolf & Müller. Das Gebäude ist als siebengeschossiges Stadthaus konzipiert. Mit seiner zeitlosen und zurückhaltenden Architektur und einer Lochfassade aus Naturstein soll es sich gut in das Umfeld einfügen. Die Kritik, dass der Vorplatz nun wegfalle, weist Baubürgermeister Klaus Brenner jedoch zurück und markierte den Neubau bereits mit Holzpfosten.